So, die letzten Bugs noch fixen. Doctorin the Tardis. Na komm, weg mit dem Bug. So. Mal gespannt. So, keine neuen Rekorde, aber Level Up in Sachen 3D-Grafik. Landon hat ein Level Up und Story Quests hat Level Up gemacht. Das heißt jetzt, dass Landon mehr Kohle kriegt. Der kriegt schon 100.000 pro Jahr. Und ich kann Reactive Quests erforschen. Was sind denn mit der Reactive Quests? Wahrscheinlich dann Aufgaben, die andere Aufgaben beeinflussen. Also, wenn ich jetzt die Aufgabe annehme, das Dorf zu überfallen, kann ich dann nicht mehr die Quest machen. Zum Bauern gehen und ihm helfen, weil ich ihn wahrscheinlich vorher schon in der anderen Quest umgebracht habe oder so. Aber es ist krass, ne? Wir sind jetzt schon bei 37 Jahren und erst jetzt bekomme ich die nötigen Sachen, um diese richtig fetten Rollenspiele zu bauen. Ich habe auch noch immer keine Möglichkeiten, MMO zu machen, wenn ich es ja schade finde. So, Doktor and the TARDIS. Oh, oh, oh. Ja, endlich mal wieder ein paar höhere Punkte. Eine 8 ist gut. Ist vielleicht hier noch eine 9? Ne, auch nur eine 8. So, eine 9 von Game Hero. Also, ja, Doktor and the TARDIS ist auf jeden Fall wieder ein besseres Spiel geworden. 8, 8, 9, 7. Ihr merkt ja, ich versuche jetzt auch immer mehr an den Reglern zu drehen, da jetzt nicht immer nur die gleiche Schiene zu fahren. Und das geht halt manchmal in die Hose, manchmal funktioniert. Aber Doktor and the TARDIS verkauft sich gut, direkt auf Rang 14. So, und die Leute, die mögen das Game wohl. Das ist gut. Ihr macht ja alle mal eine Runde Urlaub. Ja, schon über eine Million Kopien des Spiels verkauft. Was ich ja krass finde, Tomb Raider, das Remake von, oder der Neuanfang oder der Bababa, ihr wisst, was ich meine, von Crystal Dynamics und Square Enix, was ja dieses Jahr rauskam, hat sich 5 Millionen Mal verkauft. Was ich richtig krass finde, 5 Millionen Spielekopien wurden verkauft. Wenn man da mal als Durchschnittspreis 45 oder 50 Euro nimmt, heißt das auf alle Fälle, dass 250 Millionen damit eingenommen wurden. Aber, und jetzt kommt's, das Spiel war damit nicht erfolgreich. Ich kenne AAA Games, die verkaufen sich 800.000 Mal und sind damit bombastisch erfolgreich. Und Tomb Raider verkauft sich 5 Millionen Mal und ist damit für Square Enix nicht erfolgreich. Warum? Ja, eben, weil man wesentlich mehr Geld reingesteckt hat, als man am Ende damit eingenommen hat. Ja, das ist leider das Problem bei diesen Super-Mega-Produktionen. Und ich finde, da ist auch die Industrie leider ein bisschen langsam verblendet. Ich meine, die haben da ja wirklich jahrelang dran rumgeschraubt. Also, man hat ja schon vor drei Jahren schon erste Zeitungsberichte über das Game gelesen. Also, vielleicht auch schon sogar vor vier Jahren schon. Und, ja, dann haben die ja so viel Kohle reingebuttert. Da frage ich mich, denken die auch irgendwann mal dran, dass sich die Games auch verkaufen müssen? Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich ein Spiel 20 Millionen Mal verkauft, damit es Gewinn bringt. Also, ich weiß nicht, wie hoch jetzt die Rechnung bei Square Enix und Tomb Raider war. Ich weiß halt nur, dass bei 5 Millionen verkauften Kopien das Game nicht erfolgreich war für Square Enix, was ich krass finde. Weil ich kenne so viele Publisher, die würden sich die Finger danach lecken, 5 Millionen Kopien zu verkaufen. Und Square Enix sagt, nö, uns ist das zu wenig. Da frage ich mich ganz ernst, machen Sie sich überhaupt darüber Gedanken, dass irgendwer die Spiele auch kaufen muss? Das ist, meine, ist ja auch nicht alles so billig. Wovon gehen die aus? Finde ich ein bisschen marktwirtschaftlich sehr, ich sag mal, gewagt. Und ich denke auch, das wird sich in den nächsten Jahren noch ganz bitterböse rächen, dass in viele Spiele so viel Geld geknallt wird. Einfach nur, dass es eben eine fette Action-Explosionsaufmachung hat. Und dass da ganz krasse Marketing-Aktionen darum gerissen werden. Natürlich sagen heutzutage viele, weil ja auch die Ansprüche steigen, dass ein Game muss mittlerweile Zwischensequenzen haben auf Hollywood-Niveau, muss einen Soundtrack haben auf Hollywood-Niveau. Und Immersive Story und eine super Vertonung, da darf sich kein Charakter gleich anhören und so weiter. Da verstehe ich auch alles. Allerdings kommt man da echt irgendwann mal in diesen Zwist rein. Wie viel kostet ein Spiel und wie viel nimmt man am Ende damit ein? Deswegen sind ja die Indie-Games so erfolgreich, weil die kosten nicht so viel. Aber kommen halt bei der Zielgruppe super gut an, weil es Indie-Games sind, weil sie günstiger sind, weil es halt auch teilweise dieses alternative Gameplay ist. Aber bei diesen AAA-Titeln, nehmen wir mal Crysis 3 zum Beispiel, zack, gefloppt. Da will ich nicht wissen, wie viel Kohle dabei über den Jordan gegangen ist, weil das Spiel einfach nicht so gut war. Dieses Jahr kommt ja dann noch GTA 5 auf den Markt. Und ihr wisst ja, ich bin bei GTA so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sage, okay, es sah jetzt verdammt geil aus im Gameplay-Trailer. Aber ich frage mich auch, was will dieses Spiel alles bieten und wie viel hat das gekostet? Und naja, man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kenne ja nun GTA nun schon seit dem ersten Teil und das waren schon immer ziemlich fette Spiele gewesen. Es gab natürlich ein paar Ausnahmen. Also wie San Andreas fand ich persönlich nicht so gut. GTA 3 und Vice City sind meine Highlights. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt aus GTA 5 machen. Aber ich habe da auch so ein bisschen Bammel, dass sich da Rockstar so ein bisschen verkalkuliert hat, weil nach dem, was sie da im Gameplay-Trailer alles gezeigt haben, muss das ja ein Spiel sein, das Skyrim auslacht. Dass sich hinstellt und sagt, ha, 400 Stunden Spielzeit. Bäh, Junge. Wir haben 500, keine Ahnung. Oder wir machen es besser, größer. Okay, es wird jetzt nicht ganz so Tabula Rasa-mäßig sein wie Skyrim, dass man echt alles selbst machen kann, wie man das gerne möchte. Also man wird da ja schon diese Story um diese drei Protagonisten erleben bei GTA 5. Aber was sie da alles mit reingenommen haben, klingt schon ziemlich fett. Aber so fett, wie das klingt, aus Erfahrung, bin ich immer sehr skeptisch, ob es dann am Ende auch wirklich gut wird. Denn, ja, ich sage mal, je größer die Vorfreude, desto größer auch die Enttäuschung. Und oft ist es ja so, dass die Gameformen denken, boah, das werden die Ober-Megakracher, wo die Gameplay-Videos einem echten Harten in die Hose geben, dass die dann leider nicht so gut sind. Beispiel Bioshock Infinite. Viele finden Bioshock 3 nicht gut, weil sie sagen, okay, Grafik ist ganz nahe, Story ist okay, zu viel Geballer im Gameplay und zu viel wiederkehrende Elemente, zu leichte Gegner und so weiter. Also das Spiel hat ja auch eher so einen mittelmäßigen Ruf. Man findet es zwar geil, wegen der Aufmachung, aber, sage ich mal, die meisten sagen, naja, am Ende war es jetzt doch nicht so mega gut. Finde ich eigentlich sehr schade. Ich fand Bioshock Infinite sehr gut. Aber egal, aber das ist das, was ich damit meine. Man baut diese Games auf, die generieren einen megamäßigen Hype und dann merkt man am Ende, man hat sich da so reingesteigert, hat sich so viel darunter versprochen, dass es dann doch nicht so gut wird. Und dann haben auch wiederum die Publisher das Problem, die buttern da Millionen in die Entwicklung und versprechen den Spielern sonst was und merken, dass sie gar nicht so viel Games verkaufen können, wie sie müssten, um das Geld wieder reinzuholen, weil irgendwann ist ja auch die Kaufkraft nicht da. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum man sich mit der PC-Version noch ein bisschen zurückhält, weil man natürlich auch ein bisschen Schiss hat. Das ist jetzt meine Meinung. Da habe ich jetzt weder irgendwelche Insiders noch gibt es da keine Ahnung, irgendwelche Aussagen von Rockstar. Aber ich denke mir immer, man hält bei solchen Produktionen die PC-Version immer ein bisschen weit zurück. Denn wir wissen ja, auf dem Computer ist es mit dem Cracken halt echt nicht so eine große Sache. Jeder von uns kennt die Seiten, wo man sich mit irgendwelchen One-Click-Hostern Spiele in kürzester Zeit runterladen kann, installieren, Crack drüber ziehen, los geht's. Ja, kann ich verstehen, warum da einige Publisher immer so ein bisschen Bauchweh haben und vielleicht lieber erstmal auf den Konsolen so weit veröffentlichen, dass die Spiele sich erstmal gut verkaufen. Ich meine klar, auch da gibt es ja Jailbreaks und Homebrew-Channels und wie sich das nicht alles schimpft. Aber es ist eben noch nicht ganz so krass vertreten wie auf dem PC. Und viele Publisher sagen ja auch, sie wollen eigentlich gar nicht mehr auf dem PC veröffentlichen, weil da die Kopierrate einfach zu hoch ist. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen bei Rockstar, dass sie sagen, okay, wir releasen erstmal auf den Konsolen, hoffen, dass wir das Spiel erstmal refinanziert bekommen und wenn es dann gut läuft, dann schieben wir die PC-Version nach. So, jetzt habe ich aber megamäßig viel gelabert. 5 Millionen haben wir verkauft von Doctor and the TARDIS. Ja, wir verkaufen immer noch, die sind ja alle aus dem Urlaub zurück. Und ich würde sagen, ich gehe eine Runde in den Urlaub, liebe Leute. Ich gönne mir ein kleines Aufnahmepäuschen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Hierzu GameDevTycoon Schrägstrich Hiyuga labert über die Games-Welt, also die Welt der Videospiele. Ja, 5,3 Millionen und immerhin 75,4 Millionen eingenommen. Also, haben wir sehr viel Gewinn gemacht mit dem Game. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Baby, euer Hiyuga. Hallo, liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei GameDevTycoon. Bei der ziemlich frühen Aufnahme, ich bin hier gerade noch am Kaffee schlürfen, Ja, das Leben eines Let's Players beginnt schon ganz früh am Morgen. Zumindest dann, wenn er sich zu viel vorgenommen hat für den Tag, so wie ich heute. So, und was habe ich heute eigentlich hier vor? Und zwar möchte ich mal mich in Richtung Konsole weiterentwickeln. Das fragt ihr ja nun schon echt ganz, ganz lange. Und deswegen, ja, habt ihr gesagt, ein R&D Curse und dann später hier Technology und so weiter. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Irgendwie so, irgendwie in die Richtung, hier. Auf jeden Fall mit R&D und so sollte man wohl anfangen. Gut, das machen wir jetzt auch. Da kann der gute James D. Margitti ein bisschen lernen und so. Und es gibt jetzt halt keine populären Trends auf dem Markt. Ich würde sagen, wir haben Monat 3. Ich sollte ganz schnell mal mit einem Spiel um die Ecke kommen. Und zwar einem Sequel. Ihr habt gesagt, ich soll mal wieder einen Sequel rausbringen. Doktorin The Tardis war ziemlich erfolgreich, muss ich mal sagen. Also, ein gutes Spiel. Dann haben wir hier noch Vampire Sucks. Das war ja jetzt auch nicht so unerfolgreich, aber auch nicht so toll. I am the Doctor. Ja, okay. Shadow of Death war auch nicht so gut. City Builder My Little Donkey. My Little Donkey war ein krasses Spiel. Wenn man mal die Ausgaben sieht und den Profit, habe ich da ordentlich Kohle gemacht. Tanzverbot. Ja, mein super casual Tanzsimulator. Wunderbar. Paniger Titel, aber echt eine Menge Kohle bei rumgekommen. Als nächstes Futur Deus Silent House. Wild Fat Redemption. Ich glaube, bei Wild Fat Redemption, da mache ich jetzt ein Sequel. Ich glaube, das machen wir noch mal das Spiel. Machen wir die selben Einstellungen mit den selben Einstellungen. Ein Large Game für Erwachsene. Wild West Action Adventure. Natürlich für die M-Box. Soll ich doch mal aufs Play-System gehen? Ach, ne, mache ich nicht. Ich gehe auf die M-Box, die paar Prozent. So, mit der neuesten Engine natürlich. 3D-Grafik und los geht's. Jetzt fehlt mir zwar gerade einer, aber das schaffen wir auch ohne den. Ja. So, und zwar habt ihr gesagt, ich soll mich hier auch mal auf die Prozentzahlen hier achten. So, und zwar geben wir erstmal, was wollen wir drin haben? Wir wollen Immersive Storytelling, ne, Interactive Story will ich nicht. Moral Choices das will ich alles mit drin haben. Ich möchte Save Game Support, Save to Cloud. Ich möchte Online Play mit drin haben, das ist mir wichtig. Dann möchte ich Maus, Joystick, Gamepad, Achievements, Character Progressions, Skill Trees und Cooperative Play. Ich glaube, das sollte auf alle Fälle mit rein. Ja, und dann sagt ihr mal, ich soll mal an diesen Reglern immer irgendwas machen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich meine, jetzt haben wir 40, 45, 45, also es ist ein bisschen, achso, wahrscheinlich, dass es sich hier im Endeffekt auf 100% komme oder was. Ähm, wahrscheinlich würde ich dann mit der Engine runtergehen. So, mit der Engine ein bisschen runtergehen und mit der Story vielleicht auch noch ein Stückchen weiter runter. und das Gameplay ist mir glaube ich am wichtigsten. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal so aus. Ich, ne, 55%. Hä? Irgendwie. Wenn ich jetzt alles mal auf 0 drehe, das machen wir jetzt mal so. Alles mal auf 0. So. Dann habe ich 40, 45, 45. Aha. Achso, das geht ja auch von den Features aus, die ich hier mit drin habe. Gut. Also ich würde sagen, Gameplay ist mir fast ganz am wichtigsten. Story Quests ist danach und Engine ist so auch ganz nett. So, sollte mit Gameplay oder so. Machen wir es mal so rum. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was wird. Wer macht es überhaupt so? James ist gerade eh nicht hier mit dran, weil der lernt gerade. Aber ich kann James hier mit einteilen. Auch nicht schlecht. Lassen wir mal so. So, Landon macht die Story und die Quests. Das ist gut. Äh, und Mick macht das Gameplay. Das ist nicht gut. Oder? Ist das gut? Nicht gut? Ja, kann man so lassen. Gut, dann machen wir das mal. So. Okay, auf jeden Fall kann er jetzt hier mal ein bisschen boosten. Lassen wir mal ein bisschen boosten. So, dass er hier ein bisschen mitmachen kann. So, sehr gut. Ach, scheiße, ich habe dem Spiel gar keinen Namen gegeben. Ach, du Schreck. Das heißt, das Spiel Game 55. Ach, super. Scheiße. Na, egal. Lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Äh, vielleicht wird es ja trotzdem ein Erfolg. So, auf jeden Fall gehen wir mit Game 55 wieder zur, äh, Game Convention. Gästeinschne.